Was ist Ökonomie, Gregor? Ja, das Wort Ökonomie kommt aus dem Griechischen und Oikos und Nomos. Oikos ist das Haus und Nomos ist das Management oder das Führen dieses Hauses. Und Haus steht in dem Fall für die Erde, für dieses Zusammenspiel auf diesem wunderbaren Planeten. Und das Wichtige für mich ist, wenn ich das Haus führen möchte, dann geht es darum, dass ich es einmal kenne. Und da braucht es Oikos und Logos, die Ökologie, das Wissen vom Haus. Und wenn man so eben die Welt betrachtet, stellt man fest, dass wir in der Vergangenheit oft das Haus versucht haben zu führen, ohne es zu kennen. Und das ist der zentrale Punkt. Und wie spielt da der Mensch mit jetzt in diesem Haus? Na klar, der Mensch ist Teil dieses Oikos, dieses Hauses, erlebt in diesem Haus. Das heißt, es ist ein ko-kreatives Zusammenwirken. Und dieses Führen des Hauses geht im Sinne der Menschlichkeit und in dieser Verbundenheit. Und diese Erkenntnis ist der zentrale Punkt. Das heißt, es ist ein ko-kreatives, das 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 ist ein ko-kreatives.